US-Präsident Donald Trumps ehemaliger Wahlkampfchef Paul Manafort ist zu knapp vier Jahren Haft verurteilt worden. Wegen Steuer- und Bankenbetrugs. Damit bleibt das Gericht deutlich unter der Empfehlung des US-Justizministeriums und von Russland-Sonderermittler Robert Mueller. Diese hatten zwischen 19 und 24 Jahren Haft gefordert. Es ist die erste Verurteilung im Zuge von Mullers Untersuchungen. Allerdings ging es in dem Verfahren nicht um Vorwürfe hinsichtlich Manaforts Tätigkeit als Trumps Wahlkampfmanager oder mit Blick auf eine mögliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf.